hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel war ja ich starte das spiel noch voll mit rein ja folgendes problem habe ich ich kriege meinen alten account und für nicht mehr das hatte ich über facebook abgespeichert und ich denke mal letzt mal oder problem mit facebook gab das wahrscheinlich der account verloren gegangen keine ahnung auf jeden fall musste ich jetzt hier das tutorial durchspielen und bin jetzt hier wieder vom anfang gut dann geht es jetzt los und die wir sagen wir machen die beiden questen fertig sammeln zwei einheiten auf zwei oder höher okay tägliche quest gibt es noch nicht habe ich gerade gesehen so und da fertig ist es quest fertig ist es klingeln 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 erstmal einen wegnehmen ich nehme den Frost so war das gut, die sind drin ok das ist doch ein lilaner Punkt aktualisieren, wenn ich mein Video anschaue nepp, nicht jetzt dann machen wir einmal erstmal die Questen abgeben und dann werden wir einmal eine normale Runde machen und danach eine Kooperation Das sind meine starken Läuferungen und dann werden wir schon Ah, das werde ich gewinnen, bestimmt. Ach ja, klar, wir sind jetzt immer am Anfang. Mal Level 1 und dann muss ich sie aufwerten. Gewonnen. Das ist eine Kooperation. Und dann muss ich sie aufwerten. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Super. Boah, das war knapp. Ich glaube, die Welle werden wir nicht überstehen. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Ach doch. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Oh, er hat am meisten Schaden gemacht. Ne, insgesamt habe ich mir mit dem Feuermann Schaden gemacht. Gut, dann werden wir jetzt mal die Belohnungen alle einkassieren. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Das ist eine Kooperation. Ich glaube, das mache ich ein andermal. Ich mache nur die ersten 9 hier fertig. Die anderen 40 Seiten mache ich später. Und die letzte Seite. Die letzte Seite. im pvp modus muss ich also kills haben da mache ich noch einmal pvp modus damit ich meine kills fertig kriege ich glaube die 10 minuten sind noch nicht ok dann bilde ich jetzt einmal feuer aus wenn der hier bei 100 angekommen ist aber feuer ich probiere mal die leute ausbilden die hier level 3 sind also drei sterne haben jetzt als nächstes blitz blitzer das waren zu wenig ich brauche noch 41 leute 41 leute die möchte ich natürlich auch noch holen da kann ich nur jemanden ausbilden ach der ist neu level 5 hier nehme ich raus den oder den erstmal aufwerten und jetzt auswählen ich brauche noch 41 kills die 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 Oh, goh! Jetzt, äh, oh, der Erste, muss aber jetzt, äh, oh, der Zweite, nein, noch nicht sterben, mein Freund, er wüsste, aber abgeschlossen. Gut, muss er den auch nochmal auswählen, einsetzen, nur Feuer und den Busch mal nicht. Die Quest abholen. 15 Minibosse, hm, in PvP. Gut, also was wir jetzt nochmal weiterkämpfen, das kennen wir ja, deswegen werde ich das Spiel verlassen und das Ticket abholen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Es hat natürlich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. . Bis zum nächsten Mal.